Hallo, ich sitze jetzt hier in diesem Haus. Und mein Lieblings Freund ist hier. Unser Haus. Hier habe ich meine Schule. Ich schwänzt meine Schule hier. Ich mache es jetzt sauber. So, willkommen zu meinem Kanal. Es ist mein erstes Video. Hier ist mein Lieblings Freund. Hallo. Der Boden ist dreckig. Let's make it sauber. Hast du das früher auch immer gemacht? Ja. Ist sonst unbequirl. Ne? So, mach nochmal Storytime. Und was soll ich sagen? Was du gerade gesagt hast. Dass unsere Lehrerin umgekippt ist? Ja. Einmal ist unsere Kunstlehrerin im Klassenraum umgekippt. Und wir waren zu dumm und wussten nicht, was wir machen sollen. Also haben wir einfach eine andere Lehrerin geholt. Und die haben dann irgendwas gemacht. Auch mit Papier gewedelt. Und unsere Kunstlehrerin ist dann aufgestattet. So wie jede Mutter. Papier. Ja. Pfuff. Oder wie Cleopatra. Haben die auch so gemacht? Nein, eben nicht. Aua. Dankeschön. Aua. 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 Okay. Äh. Mein Ding ist halt nicht so chillig. Er kriegt halt die Klasse nicht unter Kontrolle. Das ist es halt. Eine Wippe. Sollen wir auf die Wippe gehen? Hallo. Sollen wir auf die Wippe gehen? Ja. Probieren. Aua. Was soll das? Das ist unbequemer als unbequem. Eigentlich. Das habe ich mir anders gedacht. Irgendwie. Bitch, was you doing? Das ist ein Limo.